Jetzt zeige ich Ihnen, wie wir den Tee am liebsten trinken. Sie brauchen natürlich unseren Tee. Sie brauchen einen Whisky, ein Tee-Ei, natürlich eine Tasse Kantes-Zucker, wenn Sie es süß mögen, und Zimt. Als erstes Wasser erhitzen. Dann packen wir unseren Tee ins Tee-Ei. Zwei Löffel reichen in der Regel. Vielleicht mögen Sie es gerne stärker. Dann nehmen Sie einfach drei Löffel pro Tasse. Tee-Ei rein, heißes Wasser hinzu, lassen Sie noch zwei Finger breit Platz, je nachdem wieviel Whisky Sie rein haben wollen. Als nächstes den Zimt. Noch ein bisschen rühren. Der löst sich manchmal schlecht auf. Das heißt, müssen Sie ihn an den Seitenrändern ein bisschen zerdrücken. Wenn Sie wollen, ein Kantes und unseren Whisky. Einen Schuss rein. Je nachdem wie kalt es draußen ist. Herrlich. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, genießen Sie den Tee und denken Sie an uns. Alles Gute, alles Liebe, Ihr Sascha Tomlitschek. Schuss mitzuhissen Schuss mitzuh성을 Schuss mitzuh城 네